So, ich denke, ich werde mich heute Abend mit Evil Tonight noch beschäftigen und versuchen, das Game vielleicht sogar durchzuringen, weil es ist ja jetzt nicht wirklich ein langes Game. Ja, mein Zustand ist nicht so berauschend. Ich habe nur noch einen Apfel, aber ich habe den Schlüssel der Stäbe und kann dementsprechend neue Gebiete betreten, wie zum Beispiel diese Tür. Ich werde jetzt ganz galant versuchen, jedem Gegner auszuweichen. Ach du Scheiße. Das ist natürlich sehr ungeschickt. Was haben wir hier? Pistolenmunition. Würdest du auch bitte weggehen, du Scheißfeuer? Ach du meine Güte. Kann ja wohl nicht angehen hier. Okay, ich glaube, ich muss meinen letzten Apfel krallen. Ich versuche, mich hier irgendwie durchzuboxen. Was haben wir hier? Eine verzierte Truhe, die Blabla. Vierstelliger Code, okay. Ja, was ist das? Maschinengewehrmunition. Oh, geil. Da frage ich mich, wann ich eventuell das Maschinengewehr bekomme. Ha. Okay, anscheinend kann ich hier in diesem Gebiet noch nichts tun. Lasst mich in Ruhe. Es sind natürlich überall wieder Gegner gespawnt. Es ist natürlich wieder sehr schön hier. Ja, ich bin auch nicht so ganz auf der Höhe, was Heilung angeht. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, wenn ich das so sagen darf. Ja, schnell. Oh, mit Erste-Hilfe-Set. Nice. Sehr schön. Du bist eine Mimik, das war klar. Was haben wir hier? Gar nichts. Du bist eine Kiste. Mit dem Maschinengewehr. Oh, geil. Oh, mega. Ah, hier ist zum Beispiel noch eine Tür. Ich glaube, es gab im Anfangsgebiet gab es auch noch Türen, die ich damit öffnen konnte, oder? Was ist das? Shotgun-Shells. Durfte ich sie bitte nehmen? Dankeschön. Oh, ein Tagebuch. Tagebuch-Seite. Es ist alles vorbei. Ich bin ruiniert. Ich... Bitte Gott, was soll ich nur tun? Sie haben und werden mich der Schule verweisen. Sie haben, werden mich. Ich habe es nur Patrizio erzählt. Die Übelkeit, der Schwindel und die Unterleibsschmerzen, aber ein plötzlicher Nerv durchfuhr Patrizio und er ging. Er ging? So hatte ihn zuvor... So hatte ich ihn zuvor noch nie gesehen. Ich weiß nicht, äh, ob ich zu Eloisa gehen sollte, aber wofür? Sie wird mir nicht erlauben, den verbotenen Pfad zu gehen. Und wenn nicht, dann muss ich die Akademie verlassen und meinen Traum aufgeben. Meinen Lebenstraum. Ich bin verloren. Und verzweifelt. Violetta. Was ist das? Ja, Eindruck. Das muss eine Art Ersatz für einen ausgestopften Bären sein. Im Mund kann ich Zahnräder sehen und ein riesiges Loch, in das etwas hineinpassen könnte. Ja, toll. Schnell hier rein. Schnell hier rein. Okay, da versteckt die alte Sicht da hinten. Ja, hier war noch... Das wollte ich nicht. Egal. Hier ist noch eine Tür. Die könnte eventuell... Wichtig... Oh. Okay, das Problem am Maschinengewehr meistens ist, dass es relativ schwach beseitet ist. Es macht zwar ordentlich Bumsra laffa, aber... Und das Gute ist, dass man die Gegner natürlich auf Distanz halten kann dadurch, aber es macht halt einfach kein Damage. Okay, jetzt nochmal knarren, Muni. Gar nix. Schade. Shotgun Shells. Nice. Kleiner Schlüssel. Ja, das war klar. Ich bin... Ja, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich bin weg hier. Ade, tschüss. Könnte tatsächlich hier oben gewesen sein. Diese Schublade war's, ja. Diese Schublade lässt sich nicht öffnen. Offenbar ist der Schlüssel sehr klein. So wie dieser hier. Und wir bekommen eine VHS-Kassette. Geil. Das heißt, ich kann endlich... Endlich hier weg. Also ganz ehrlich, Leute, das ist einfach too much, Alter. Das ist einfach too much, Gegner auf einem Feld. Ja, no... No risk, no fun. Einfach... zu viele fucking Gegner hier reingestopft. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ob das... Oh, yo, 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 yo. Ich glaub... Fuck, mach die Tür auf, Mann. Was zur Hölle bist du? Fuck you. Oh, nein. Oh, ja, klar. Natürlich. Sonst noch Winsche... Ja, was zum... Das ist doch einfach krank, Alter. Das ist doch einfach irre. Zufälle Gegner, Mann. Würdest du bitte diese Fotze hier anwählen? Pff, sie ist unglaublich, ey. Es ist unglaublich. Wow. Okay. Komm her, du Fisch. Okay. Ein großer alter Fernseher. Ein Videorekorder. Da werde ich gleich mal die VHS reinschieben. Und was passiert? Hm, ist das alles? Nur ein paar Buchstaben? E, J, X, H. E, J, X, H. Okay, das ist wahrscheinlich die... Der... Äh, Passcode für die... Schatulle, die ich vorhin gesehen hab. Ich sag dazu nix mehr. Ich werde den ganzen GD zusammenschneiden, von dem her. Das ist der Raum. Meine Jüde. Wat ne Geburt. Okay. Moment, warte. Was war's? Notizbuch. Riesiger Edelstein, okay. Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, dieser Edelstein ist ja echt wieder 30. Februar. Na ja. Ja, bist du immer noch da? Boah. Aber weg von der Tür, hey, du Fregelfotze, du. Ach, komm schon. Ernsthaft? Scheißegal, dass ich keine Muni mehr hab, ehrlich. Abos, Pfeile, yeah. Yep. Das war's. Was haben wir hier? Digitaler Tresor. What? Ach, komm schon. Moment, was ist das da hinten? Ja, kusch dich mal bitte. Oh. Genau, kusch dich mal. Jawohl, was ist das hier? Ah, verstehe. Aha. Aha. Dankeschön. Oder kann ich ja auch doppelt... Oh, ja, okay, Alter. Fuck you. 10, 4, 5... 20... Also nicht als einzelne Ziffern eingeben. 22... 29... 2... Lol, Alter. Und wir kriegen eine musikalische Partour. Oder Partitour eher gesagt. Po, Viviet. Ich kann auf keinen Fall spielen. Ich bin kein Künstler. Das musst du auch nicht, denn wir müssen jetzt in den Raum, wo das Klavier stand. Allerdings sollte ich jetzt natürlich auch wissen, wo das Klavier stand. Ah, ja. Ein gut gestimmter Flügel, wenn ich ihn bloß spielen könnte. Das brauche ich nicht. Wir werden die Partitur einlegen. Und können natürlich auf einmal Klavier spielen. Ist ja klar, ne? So ein bisschen das Resident Evil Virus hier. Ich meine, ich will sie nicht verurteilen. Das kann schon möglich sein. Meine Mama hat immer gesagt, Klavier spielen wäre nützlich, aber ich glaube nicht, dass sie jemals das hier gemeint hat. Vielleicht hätte ich während dieses langweiligen Klavierunterrichts besser aufpassen sollen. Maybe. Silvia, Leute, sie ist hier. Hey, hab ich euch nicht gesagt? Wer ist hier? What the fuck? Kommt ihr alle her? Carlotta und Dino sind zurück. Juchu. Oh, Entschuldigung, hab ich Feuerwerk und Kuchen vergessen? Hört mal, kann einer von euch Schlingen und Klavier spielen? Wenn wir diese Partitur genau richtig spielen, wird, glaube ich, etwas Erstaunliches passieren. Wow, bist du gar nicht froh, uns zu sehen? Ich bin bloß ehrlich mit meinen Gefühlen, Carlotta. Besser als zu versuchen, eine Art mysteriöses Mädchen zu sein. Weißt du etwas darüber? Silvia, bitte sei nett. Nett? Wenn ich diese ganze Sache nicht löse, könnte uns allen etwas sehr Schlimmes widerfahren. Also verzeiht mir, dass ich gestresst bin. Wenn du willst, kann ich Klavier spielen. Endlich etwas Nützliches. Ja, nur zu. Los geht's. Spiele für mich. Die Kleine hat Talent, das muss man dir sagen. Oh, hey, yeah. Oh, oh. Oh, diese Musik. Spiel weiter, spiel weiter. Na, wenn das mal nicht die kleine, blutrünstige, gespenstische Violetta ist. Silvia, nenn sie nicht so. Du schon wieder. Oh, ich hab dich so satt. Gleichfalls. Du und deine ständigen Beleidigungen. Du unterschätzt mich. Du wirst die Augen des Publikums niemals von unserer Show ablenken. Und dennoch bewundere ich dich so. Deine Anmut, deine Präsenz, deine Darbietung. Danke, ich kann ziemlich beeindruckend sein, aber... Warte mal. Darbietung? Mit wem redest du? Mit diesem Mädchen. Sie spielt so gut Klavier. Ich wünschte mir, dass sie niemals aufhört. Ach, und warum nicht? Willst du sie nicht spielen? Hören. Ich bin eine Virtuosin. Silvia nicht. Ah! Boss-Time. Boss-Time. Natürlich. Oh yeah, Baby. Ah, gib mir den Beat. Autsch. Ein Kinderspiel und direkt in meine Falle. Ja. Ich hab keine Heilung. Endlich wieder alleine, Violetta. Nur du und ich. Keine schmutzigen Tricks und keine unschuldigen Kinder. Der Spiegel. Dieses Mädchen. Das war ein Fehler. Ich bin kein Feigling. Echt? Warum akzeptierst du da nicht einfach, dass deine Zeit an dieser Akademie vorbei ist? Vorbei? Aber was? Nein. Nein. Du. Du bist die Betrügerin. Warum sonst hätte man mir die Rolle, die ich verdient habe, wegnehmen sollen, wenn nicht wegen deiner Tricks? Oh man, die ist echt sturköpfig. Ich werde meine Taktik ändern müssen. Hör zu, Violetta. Ich, Silvia Bellini, werde nun unter dem größten Beifall des Abends auftreten. Okay. Müssen wir jetzt tanzen, oder? Nein, natürlich nicht. Hey, Tentakel-Lady. Geil. Okay, ich muss... Äh, ja. Ja. Wer ist die echte? Yeah. Ah, gib mir den Beat. Okay, es ist egal, wen ich treffe. What? Außer die Blonde, nein. Fuck. Wow, wo schlägst... Wo tust du denn hinschießen, Mann? Okay. Nice. Nice. Oh yeah, geil. Nice. Noch mehr Gegner. Das Nervige ist halt, wenn zu viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Kann ich nicht den Gegner treffen, den ich eigentlich treffen will? Fuck you. Okay, wir machen das hier ganz in Ruhe. Es ist kein schwerer Kampf. Bis jetzt zumindest noch nicht. Ja, komm, schieß. Yes. 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 Oh, come on. Oh, fuck you. Voll Neiglaufe, ey. Ich hasse es, wenn zu viele Sprites auf dem Bildschirm sind. Es ist so nervig, Mann. Es ist so nervig. Okay, Männer und Kinder und Frauen und Männer. Ja, wir wollen uns jetzt mal wieder ein bisschen entspannen hier. Und ja, was hat sich getan? Ich habe mir die Mühe gemacht. Was heißt die Mühe gemacht? Ich meine, das Spiel ist nicht arg lang bis hierhin. Ich habe das Spiel nochmal von vorne angefangen. Und habe mich ein bisschen abgegradet. Also man sieht, ich habe zum Glück volle HP. Okay, relativ viel Munition für alle Waffen. Denn ich habe hauptsächlich mich mit Messer durchgeschlagen. Was ein ziemlich guter Ressourcensparplan ist. Und ich habe einiges an Heilung aufgesammelt. Die ich dann dementsprechend natürlich nicht benutzt habe. Ich werde es in Zukunft, wenn ich solche Spiele mache oder Spiele spiele, werde ich tatsächlich das so machen, dass ich sie vorab spiele. Weil ich habe jetzt im Laufe des LPs gemerkt, dass es einfach sehr verwirrend ist. Wenn ich ein Spiel nicht kenne. Ich meine, es ist ein gewisser Reiz. Aber viele Details sind mir tatsächlich dann auch entschwunden in diesem Spiel. Wie zum Beispiel. Gut, ich muss fairerweise dazu sagen. Ich meine, es gibt ja den einen oder anderen, der sich dieses Projekt anschaut bei mir. Und ja, ich habe vielleicht ein bisschen auf Tipps und Mithilfe gehofft. Da ja einige das Spiel wahrscheinlich auch kennen. Alle Items oder alle Objekte, die quasi hier diese Bremsspuren, sage ich jetzt mal, unten drunter haben, kann man verschieben. Auch das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich herausgefunden. Habe ich nicht gewusst. Und unter diesen Gegenständen verbergen sich dann teilweise immer Items, Munition, whatever. Ja, und deswegen sieht es so aus, wie es nun mal aussieht. Also ich denke, munitionstechnisch bin ich sehr gut aufgestellt. Heilungstechnisch bin ich jetzt auch sehr gut aufgestellt. Und ja, wir wollen das letzte Viertel des Spieles uns angehen. Hier zum Beispiel auch diese Kugel. Konnte man verschieden. Auch in diversen Schränken und Vasen gab es dann verschiedene Sachen. Habe ich so in der Hinsicht nicht mit gerechnet. Aber das Spiel ist doch deutlich komplexer Gameplay-technisch, wie ich mir das habe erträumen lassen. Ja, und ich denke jetzt mit neu gewonnener Stärke können wir, und Besonnenheit vor allem, können wir, ja, den nächsten Spieleabschnitt starten. Okay, let's go. Ich werde jetzt auf meine Shotgun umsteigen, weil ich habe ja die Muni. Von dem her, let's go. Denn die macht ordentlich Schaden, wie man sieht. Okay, Ballerinas im Anmarsch, die werde ich jetzt mal gekonnt ignorieren. Na komm, ja. Dankeschön. Ja. Und wie man sieht, das war es schon. Holy Crap, Alter. Es ist echt nicht schwer eigentlich, wenn man weiß, was man tut. Sieh mal da! Autsch, wieder zurück! Ja, das war sehr Autschen. Kinder, bleib zurück, verschwindet! Violetta Carbone, du hast wieder versagt. Scheinbar ist deine Schauspielerei nicht gut genug, es ist vorbei. Nein, ich... Das ist nicht... Zeit, diese Akademie zu verlassen, für immer! Warte, bitte nicht! Verschwinde, Carlotta, ich muss das tun! Nein, das werde ich nicht zulassen! Aber... Warum nicht? Warum beschützt du sie immer? Sag uns die Wahrheit! Weil... Raus mit der Sprache! Ja, warum nur Mädchen? Weil sie meine ältere Schwester ist! Damn! Schwester? Ich... Ich bin deine Schwester? Yeah! Aber... Nein, das ist unmöglich! Es ist... Es ist nicht möglich! Oh, die kleine Kackbratze ist tot. Damn! Dino! Nein! Dino ist tot! Vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Ey, es ist schon so lange so. Silvia? Ich habe es schon tausendmal gesagt und ich werde es noch einmal sagen. Seine Vitalparameter sind in Ordnung. Jetzt hängt alles von seiner mentalen Stärke ab. Ich... Schäm dich! Bist du nun zufrieden? Wie bitte? Hat es dir jetzt plötzlich die Sprache verschlagen? Schau, sieh dir an, was du getan hast, Carlotta. Du hast das Leben deines Freundes aufs Spiel gesetzt. Bist du zufrieden? Nein, niemals! Ja, aber sie ist erst ein Kind. Silvia, lass sie in Ruhe. Er wacht auf. Dino, wie fühlst du dich? Als würde ein Feuerwerk in meinem Kopf losgehen, aber ich werde es überleben. Nicht wahr, Silvia? Nicht, wenn sie sich weiterhin verrückt verhält. Hör zu, es tut mir leid, okay? Es tut mir so leid, Dino. Ich wollte nie, dass jemand verletzt wird. Aber... Silvia, bitte, du darfst Violetta nicht angreifen. Sie ist meine Schwester. Du musst ihr helfen, um sie zurückzubringen. Carlotta, das ist unmöglich. Aber es muss einen Weg geben. Mit deinen Kräften könntest du... Ich bin ein einfaches Medium. Schwer bewaffnet. Silvia, ich flehe dich an, bitte. Du musst etwas tun, damit sie zurückkommt. Wie bereits gesagt, es ist... Bitte versuch es wenigstens. Deine Schwester ist tot! In der Tat. Carlotta, es ist an der Zeit der Wahrheit ins Auge zu sehen. Sie ist tot und kommt auch nicht wieder zurück. Das war nicht besonders nett, Silvia. Ja, ziemlich hart, Mädchen. Ich... Ich dachte, du wolltest uns helfen. Eigentlich steht ihr mir nur im Weg. Und genau das tue ich. Also hört auf, meine Methoden in Frage zu stellen. Ich glaube, du solltest sie suchen gehen und dich entschuldigen. Auf keinen Fall. Wow, du bist genauso stuh wie sie. Siehst du nicht, was sie durchmacht? Im Ernst? Ich meine, Violetta ist ihre Schwester. Scheint so. Ich habe das allerdings schon geahnt, lange bevor sie es zugegeben hat. Schon als du sagtest, sie hätte Florenz vor etwa elf Jahren verlassen, hatte ich den Verdacht. Das war, als Violetta hier in der Akademie starb. Ich habe den Fall natürlich gründlich untersucht, bevor ich hierher kam. Die ganze Zeit habe ich versucht, einen Weg zu finden, Violetta zu erledigen, ohne dass Carlotta in der Nähe ist. Aber es war unmöglich, also... Muss Violetta ihrem Tod auf die möglichst natürliche Weise begegnen. Deshalb habe ich Carlotta vorher beichten lassen. Was? Dachtet ihr, es macht mir Spaß, sie leiden zu lassen? So grausam bin ich nicht. Ha. Was ist das für ein Schlüssel? Ihr Kinder versteht echt gar nichts. Sind auch Kinder. Also, was tun wir jetzt? Jetzt werdet ihr endlich auf mich hören und das tun, was ich euch sage. Wenn Dino wieder bei Kräften ist, werdet ihr alle nach Carlotta suchen und euch dann an einen sicheren Ort begeben. In ihrem derzeitigen emotionalen Zustand ist Carlotta in großer Gefahr. Um alles andere werde ich mich kümmern. Okay. Gut, was haben wir hier? Wir haben den Küchenschlüssel. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ähm. Sauber. Okay, ich werde tatsächlich, ähm, wieder aufs Messer umswitchen für die Zeit. Wobei ich sagen muss, dass... Es ist momentan nicht wirklich was für mich zu tun gibt. Außer zur Küche zu gehen. Zack. Ja, fleißige Beobachter haben vielleicht auch gerade gesehen, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf Casual gestellt habe, weil, ähm... Ach du... Nein, 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 nein. Das ist zum Beispiel eins der wenigen Viecher... ...die ich nicht mit dem Messer angehe. Weil ich, ähm... ...nicht zu viel Zeit mit dem Nachspielen verschwenden wollte. Okay. Fuck. Okay. Ja, die alte, die geht mir auch relativ auf den Zeiger hier. Vor allem, da man sie nicht wirklich greifen kann. Durch ihr Scheißfeuer. Hier ist immer noch zu. Jetzt gehen wir mal hier rein kurz. Denn es gibt eine Sache, die mich ein bisschen, äh, stört, sag ich jetzt mal. Oder die mich, äh, rätselratend... ...zurücklässt. Hier ist zum Beispiel... ...riesige rostige Schrauben befestigen das Lüftungsgitter an der Wand. Ich würde mir ja vorstellen, dass man vielleicht irgendwas wie eine Art Schraubenzieher braucht, um das zu... ...öffnen. Ich habe bis jetzt aber noch nichts dergleichen gefunden. Und, ähm... ...ich meine wirklich, dass ich versucht habe... ...oder, was heißt versucht habe... ...dass ich alles, was geht... ...eingesammelt habe eigentlich. Deswegen wundert es mich ein bisschen. So, hier können wir den Küchenschlüssel einsetzen. Und das werde ich auch... ...endlich tun. Yay, Schleimore! Oh, ich habe dich nicht gesehen gerade. Das ist der Punkt. Das würde jetzt in einem Play-Through... ...wo ich, ähm... ...ja, komm her, Digga. Mit Besonnenheit muss man das Ganze angehen. Mit Besonnenheit und mit Ruhe vor allem. Was nicht immer gegeben ist, wenn ich... ...nebenher irgendwas brabbele. Armbustpfeile. Alles schön durchsuchen hier. Ja, ich habe dich schon gesehen, Digga. Oh, Moment mal, da liegt was. Das können ein Schraubenzieher sein, oder so. Also, kommt doch noch was. So, hier zum Beispiel sehen wir... ...bremsspuren unterm Fass. Die kann man jetzt... ...das kann man verschieben... ...und dann Maschinengewehr-Munition finden, was leis ist. Hier geht nix. Schraubenzieher. Geil. Bemerkenswertes nix. Gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Ja, Schrottflinden-Muni. Wenn man ruhig und besonnen an die ganze Sache rangeht, dann ist es, wie man merken wird... ...nicht wirklich schwer. Ich frage mich, wie diese Tür da unten hin... Oh, nein. Wie gesagt, das ist so ein Typ Gegner. Wenn sie anfängt, ihre scheiß Fledermäuse rauszukacken, dann... ...hat man eigentlich... ...so gut wie keine Chance mehr, sie anzugreifen. Okay. Weg mit ihr. So, hier können wir jetzt den Schraubenzieher einsetzen. Was ich sehr begrüße. Okay, cool. Okay, langsam. Langsam und besonnen. Sackgasse. Oh, geil. Kistenrätsel. Kistenschieberätsel. Okay. Oh, wow. What up? Erstmal die Schrot-Muni hier einsammeln. Okay. Ahm. Okay, das war jetzt nicht so geschickt. Ich habe mir sprichwörtlich die Zukunft verbaut. Okay, macht nix. Wir gehen erstmal hier lang. Ziel war es für mich. Sackgasse. Auch abgeschnitten. Bolzen. Nice. Okay, wir versuchen es nochmal. Ähm. Was ist das? Schleim. Schleimohre. Okay. Okay. Okay, cool. Hier war nichts mehr. Ah, da oben ist noch eine Puppe. Ich verstehe. Die roten kann man gar nicht verschieben, oder? Ja, doch. Natürlich kann man sie verschieben. Ja, komm her, Digga. Okay. Noch eine Figur. Nice. Uh. Eine Axt erhalten. Um etwas zu hacken. Ah, ja, 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 ja. Okay, ich, 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 ich. Ich erinnere mich, wofür ich die Axt gebrauchen könnte.